Ich habe einfach Spaß an Ernstings Family, weil es ist wirklich eine Familie. Ich bin damals angefangen und es war ganz anders als in anderen Geschäften. Ich bin Marie, bin seit 20 Jahren bei Ernstings Family. Ich bin Lina, ich arbeite seit drei Jahren in Ernstings Family als Verkäuferin und ich bin Mutter für drei Kinder. Also mein Arbeitsalltag bei Ernstings Family ist so, dass man, wenn man reinkommt, die Kasse anmeldet, kontrolliert schon mal vorab, wie sieht der Laden aus, stimmt alles, man zählt das Geld ein, öffnet die Türe. Dann hat man meistens gleich schon Kunden drin und fängt schon ziemlich schnell an zu beraten. Und wenn wir Ware haben, dann arbeiten wir zu zweit und dann wird die Ware ausgepackt und gleich eingeräumt. Ich bin als Quereinsteigerin bei Ernstings Family reingekommen und habe Bürokauffrau gelernt und habe meinen jetzigen Beruf als Einzelhandelsfrau sehr schätzend gelernt und habe mich einfach da dann wohler gefühlt im Laufe der Jahre, weil ich einfach unwahrscheinlich gerne mit Menschen arbeite. Das Merchendising macht mir viel Spaß. Also für mich ist es wichtig, dass ich auch die Ware präsentieren kann. Die Kunden danken es einem auch und deswegen macht es auch so viel Spaß. Was ich bei Ernstings Family gerne mache, dass ich verkaufe. Ich berate das auch die Kunden sehr gerne, auch die Mutter mit Kindern sehr gerne. Diese Kontakte mit Kunden, das war für mich sehr wichtig. Dass die Filialen von uns eigentlich mehr oder weniger im Team geleitet werden, das ist eine total schöne Sache. Also ich finde es total super, dass wir selbstständig arbeiten dürfen, dass wir individuell arbeiten können. Ernstings Family schenkt uns sehr viel Vertrauen, da jede Verkäuferin einen eigenen Schlüssel hat. Natürlich arbeiten wir mit Geld. Ich habe viel schöne Zeit mit meinen Kollegen. Wir treffen uns an Weihnachten zum Beispiel. Wir sind Familie. Wenn irgendwo mal jemand krank wird, springt der Nächste ein und das ist einfach auch, das gehört einfach auch zur Familie mit dazu. Wir sind immer voneinander da. Was ich bei Ernstings Family auch toll finde, ist, dass Ernstings Family auch viel für uns tut. Das heißt, wir bekommen zum Muttertag ein Blümchen, zu Weihnachten Geschenke. Ernstings Family bezahlt sehr gut und auch noch von unserer Gebissleiter. Wir sind auch zufrieden. Es gibt kein Tag, der immer gleich ist und das finde ich so toll an Ernstings Family. Und wer, glaube ich, bei Ernstings Family infiziert ist, der lebt das auch. Ich bin begeistert und ich will auch in Ernstings Family bleiben. Das ist für mich sehr wichtig.